Das ist eine große, große Ehre für mich, also sowas macht mich unheimlich stolz und es ist einfach unbeschreiblich, dass die Fans so hinter mir stehen, schon in so einer kurzen Zeit für mich ein Lied gemacht haben und ich will es ihnen einfach in jedem Spiel zurückgeben und dafür werde ich auch in jedem Spiel 100% geben, das kann ich ihnen versprechen. Habt ihr den Song vorher gehört? Es war sung in Wembley. Ich habe auf jeden Fall schon ein paar Mal gehört, dass mein Name gesungen wurde und das hat mich auch stolz gemacht. Ich will einfach den Fans das alles zurückgeben und ich hoffe, dass wir zusammen mit den Fans auch die nächsten Jahre Titel feiern werden. Hast du eine Message für die Liverpool-Fans, die deinen Namen singen? Ja, dass ich alles für den Verein geben werde, dass wir hoffentlich Titel sehen werden. Ist es ein spezielles Gefühl, das zu sehen? Ja, auf jeden Fall, weil Liverpool hat so große Fans und von denen in so einer kurzen Zeit willkommen zu heißen ist schon was Großes für mich. Und ja, das macht mich einfach stolz und man kann dieses Gefühl nicht beschreiben. Ich bin froh.